Herzlich Willkommen zurück zum weiteren Video von meinem Kanal. Wenn du als Anfänger im Internet Geld verdienen möchtest und das durchschnittlich 150 Dollar pro Monat bis hoch zu 1215 Dollar pro Monat, dann könnte das heutige Video richtig für dich sein. Davon abgesehen, habe ich aber auch noch ein paar andere spannende Webseiten am Start. Bleib auf jeden Fall dran, schau bis zum Ende, damit du eben auch nichts verpasst von dem Ganzen. Lass dir sehr gerne ein Abo und like dir, wenn dir das Ganze gefällt und ich würde sagen, wir legen direkt los. Die erste Webseite im heutigen Video ist die Webseite GoTranscript. Hier kannst du Geld verdienen mit Transcription Jobs, also mit Transkriptions Jobs. Und wie du eben hier schon gesehen hast, ca. 150 Dollar pro Monat ist so der durchschnittliche Gehalt bis eben hoch zu 1215 Dollar und eben 60 Cent pro Audio- und Videominute. Was ist Transkription? Was musst du da machen? Das ist quasi, du hast eine Audiodatei oder eine Videodatei und musst quasi das, was da gesagt wird, in Schriftform festhalten. Das bedeutet zum Beispiel, du bekommst ein Interview, wo sich zwei Personen unterhalten und du musst dann quasi diese zwei Personen, was da gesagt wird jeweils, musst du quasi aufschreiben. Du hast bei Transkription solche Transkriptionsregeln, an die du dich halten musst. Die sind aber jetzt nicht so schwer, also da muss man sich einmal natürlich einlesen, dass ja, aber die sind jetzt nicht extrem schwer. Also damit kann schon ein Anfänger im Internet Geld verdienen. Du wirst definitiv nicht reich werden mit GoTranscript und ich bin ganz ehrlich zu euch, ihr werdet euch eher in dem Bereich pro Monat befinden, als in dem Bereich, das muss man ganz klar sagen. Ich selber habe auch schon auf GoTranscript gearbeitet. Es ist ganz cool, finde ich persönlich, aber wie eben schon gesagt, wirst du damit definitiv nicht reich werden. Aber wenn du gerne Transkription machst, könnte das Ganze ganz interessant sein. Ich habe selber ein paar Euro mitverdient, jetzt nicht die Menge, ein paar Euro. Ich habe jetzt hier auf der Webseite auch nicht extrem viel gearbeitet, deswegen kam da jetzt nicht so viel zustande. Wie gesagt, wenn du jetzt mit Transkription Geld verdienen möchtest, ist das Ganze eigentlich relativ einfach. Erstmal musst du natürlich eine Sprache können, da ist es eigentlich fast egal, welche, ob Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch oder welche Sprache auch immer du kannst. Wie du sehen kannst, gibt es hier auch ein großes FAQ, wo du die eine oder andere Frage findest. Ausbezahlen kannst du zum Beispiel über Paypal oder Payoneer, wie du hier lesen kannst. Und Payment Rate ist, wie gesagt, 60 Cent pro Audio Minute. Und das Ganze kannst du dir hier eben alles durchlesen, was du dazu noch wissen möchtest. Hier gibt es einige sehr coole Fragen. Der Vorteil von dem Ganzen ist natürlich, dass du von zu Hause aus arbeiten kannst, dass du komplett flexibel arbeiten kannst. Du kannst dann diese Transkription Jobs erledigen, wann du Bock dazu hast. Du bekommst eben Zugang zu diesem Auftragspult und wenn du gerade Lust hast, welche zu erledigen, kannst du das machen. Wenn du sagst, du hast keine Lust, ist das absolut kein Problem. Ebenfalls, was ich zum Beispiel auch sehr cool finde, ist, dass du eben wöchentlich auch bezahlt wirst. Auch das finde ich zum Beispiel ganz cool. Das muss man auch ganz klar sagen. Und natürlich, was auch ganz, ganz wichtig ist, wenn du dich hier registrierst, wenn du hier teilnehmen möchtest, muss ein Test bestehen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht sonderlich schwer. Also selbst ich habe den geschafft. Und auch wenn du den Test nicht bestehen solltest, kannst du den einfach wieder machen. Yes, you can use the same account to take the test again. Also wie gesagt, du kannst den Test einfach nochmal machen, wenn du den nicht schaffen würdest. Deswegen, es sollte einem einfach nur bewusst sein, wenn man mit GoTranscript Geld verdienen möchte, dass man damit jetzt keine Tausende von Euro pro Monat verdienen wird. Dass man eher um die 150 Euro verdienen wird. Aber davon abgesehen ist es eine relativ einfache Möglichkeit. Man muss sich eben einmal in die Regeln einlesen. Davon abgesehen ist es aber nichts komplett Kompliziertes. Und wenn man gerne mit der Tastatur schreibt, könnte das ganz interessant sein. Denn die Audio-Dateien vielleicht, je nachdem, gibt es auch Programme, kannst du in halber Geschwindigkeit abspielen lassen, damit du alles mitschreiben kannst. Also es gibt ja immer noch so ein paar Hilfe-Webseiten, die dir das Ganze dann auch nochmal ein bisschen erleichtern können. Und dementsprechend, wenn du als Anfänger Geld verdienen möchtest, check die Webseite GoTranscript gerne mal ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Webseite. Dann haben wir die Webseite Oneplay und auch das ist eine anfängerfreundliche Möglichkeit, wie du mit deinem Geld verdienen kannst. Und zwar bei Oneplay kannst du Geld verdienen durch das Spielen von Spielen. Das sind irgendwelche Online-Games, das sind irgendwelche Handy-Games. Die spielst du eben und durch das Spielen bekommst du Punkte. Und diese Punkte bekommst du, wie gesagt, durch das Spielen von diesen Spielen und Wettbewerben und Ähnlichem. Und diese Punkte kannst du dann einlösen. Das heißt, du kannst deine One-Bucks eintauschen hier in verschiedene Kryptowährungen. Und eben dann dementsprechend darüber ausbezahlen. Ja, auch hier gibt es natürlich ein FAQ, wo du dir die eine oder andere Sache nochmal durchlesen kannst. Falls du irgendwelche Probleme beim Tracking haben solltest, kannst du dir das hier durchlesen. Zum Beispiel benutze eben nur die Download-Links von Oneplay, wenn du Spiele installieren möchtest. Du solltest gelegentlich die Spiele beenden und neu starten. Die Bomb-Bucks sollten innerhalb von 30 Minuten eintreffen. Du solltest keine VPNs und Ähnliches nutzen. Also du kannst dir hier alles nochmal durchlesen, falls es irgendwelche Probleme mit dem Tracking geben sollte. Auch zum Thema Auszahlung kannst du dir hier alles durchlesen. Zum Beispiel, was sehr wichtig ist, um auf die Krypto-Belohnungen zuzugreifen, müssen sie nur die kostenlose Wombat-Prieftrasche herunterladen. Auch das ist eben sehr, sehr wichtig. Auch zum Thema Auszahlung, wie gesagt, du kannst dir da alles nochmal genau durchlesen. Wie kann ich Spiel-NFTs verdienen, wie kann ich mich bei Oneplay einloggen, wie kann ich mich bei Oneplay anmelden, wie kann ich meine Wombat-Bollet mit Oneplay verbinden. Du kannst dir das hier alles durchlesen. Das ist nicht so mega kompliziert, das ist eigentlich relativ verständlich und einfach. Wie eben schon gesagt, musst du eben so eine Wombat-Brieftasche herunterladen, da dich mit den gleichen Anmeldedaten wie hier auf der Webseite einloggen. Und dann sollte es eben, wenn die E-Mail und alles passt, sollte es da dann zu keinen Problemen kommen, dann sollte das Ganze getrackt werden. Und ihr könnt das Ganze dann eben in Form von Krypto-Währungen ausbezahlen. Wie gesagt, du kannst hier im FAQ nochmal alles ganz entspannt durchlesen. Ich bin jetzt eh, glaube ich, schon auf einiges ganz gut eingegangen. Ansonsten shoppt das Video oder geh selber auf die Webseite und liest dir die Fragen durch. Ich finde es persönlich sehr, sehr cool. Ja, du kannst hier auf Registrieren gehen, kannst dich hier da mit Google, Facebook, Twitter und so weiter anmelden. Und du spielst dann eben Online-Spiele, Handyspiele und ähnliches, bekommst Geld dafür, Krypto-Währung und kannst darüber hier Geld verdienen. Hört sich ganz interessant an, du wirst aber damit definitiv jetzt keine hunderte Euro pro Monat verdienen. Ein paar Euro halte ich für realistisch, aber auch nicht viel mehr. Wenn du das möchtest, wenn du gerne Spiele spielst, auch wenn es eher schlechte Spiele wahrscheinlich sind, wenn du darüber Geld verdienen möchtest, könnte vielleicht die Webseite Oneplay ganz interessant sein. Eine weitere einfache Möglichkeit wäre zum Beispiel die Webseite machmit.gfk.com. Machen Sie mit beim Prämien sammeln. Tausende Haushalte sind bereits dabei. Berichten Sie uns regelmäßig von Ihren Einkäufen, zum Beispiel Lebensmittel, Textilien, Medien und so weiter. Und profitieren Sie als Teilnehmer von hochwertigen Prämien und Gewinn. Du kannst dich dann hier registrieren, gibst hier deine ganzen Daten an und dann siehst du hier zum Beispiel, kannst du so Einkäufe scannen, Fragen beantworten und ähnliches. Es gibt viele Gründe Teilnehmer bei GFK zu werden. Es gibt keine versteckten Kosten, das Ganze ist 100%ig anonym und datengeschützt und du hast eben verschiedene Prämien und ähnliches. Wie gesagt, du kannst bestimmte Einkäufe scannen und eintragen. Du musst Fragen beantworten, Umfragen und ähnliches. Und eben durch das Ganze bekommst du Punkte und diese Punkte kannst du dann gegen Prämien eintauschen. Die Prämien sind ganz, ganz unterschiedlich. Das können irgendwelche Prämien sein für den Haushalt, für Technik, Freizeit, Familie, Gutscheine zum Beispiel auch, wenn du da irgendwas benötigst. Je nachdem, was du möchtest, kannst du da irgendwas wählen zum Beispiel. Du bist zum Beispiel auf der Suche nach einer neuen Maus, kannst du das wählen oder eben viele verschiedene andere Produkte, eine Kamera oder sonstiges. Da kannst du dich einfach mal umsehen im Prämien-Shop. Also da sind ein paar ganz coole Sachen dabei und ansonsten, wenn du nichts für dich findest, kannst du immer noch Gutscheine wählen. Ich denke, da ist bestimmt irgendwas dabei. Und dementsprechend, wenn du eben darüber Geld verdienen möchtest, könnte das Ganze ganz interessant sein. Deine Meinung zählt eben, das gibst du ab. Ist mega, mega einfach. Vielleicht könnte das für den einen oder anderen von euch ganz interessant sein. Dann hätten wir eine etwas schwierigere Möglichkeit, aber finde ich immer noch eine absolut coole Möglichkeit. Und zwar die Möglichkeit, über Spreadshirt Geld zu verdienen. Und zwar bei Spreadshirt kannst du Geld verdienen mit deinen Designs. Und deine Designs werden auf Produkte verkauft, beziehungsweise gedruckt und verkauft. Und darüber kannst du Geld verdienen. Eben, das kannst du auch hier nochmal lesen, verdiene Geld mit deinem Verkauf deiner Designs auf über 200 Produkten. Immer kostenlos, kein Aber. Du kannst entweder über den Marktplatz verkaufen oder eben einen eigenen Spreadshop eröffnen, je nachdem, was besser zu dir passt. Und eben dann siehst du hier ein paar Beispiele. Dein Design wird dann eben auf Hoodies, auf Tassen und T-Shirts und ähnliches gedruckt und verkauft. Und jedes Mal, wenn sich jemand das kauft, bekommst du dann natürlich Geld. Hier siehst du dann eben nochmal Spreadshop und Spreadshirt. Entweder Marktplatz oder den Spreadshop speziell. Bei dem Spreadshop kannst du die Preise selber festlegen. Du kannst deinen Shop individuell anpassen und dein Sortiment flexibel gestalten. Beim Marktplatz präsentierst du deine Designs bei über 130.000 Menschen täglich. Du kannst dein Talent zu Geld machen und bekommst Zugang zu exklusiven Kampagnen. Du kannst auch auf Erfahre mehr gehen und dann wird dir hier nochmal ein bisschen das Ganze genauer erzählt. Auch hier kannst du das machen. Dann kannst du das nochmal ein bisschen genauer durchlesen, detaillierter durchlesen. Zum Beispiel eben, wenn du es über den Marktplatz machst. Alles, was du tun musst, ist kreativ sein. Wie übernehmen den Rest? Designs verkaufen bei Spreadshirt bedeutet für dich null Risiko. Melde dich an, lade deine Designs hoch, kassiere deinen Gewinn. Du hast keinerlei Vorabkosten. Um Versand und Service kann man sich Spreadshirt und das ist alles völlig kostenlos für dich immer. Das ist zum Beispiel ein sehr großer Vorteil von dem Ganzen. Wie gesagt, ihr könnt das alles auch nochmal ganz entspannt durchlesen. Könnt das Video stoppen und eben könnt ihr dann selber natürlich individuell wählen. Je nachdem, was ihr möchtet. Entweder Spreadshirt über den Marktplatz oder eben den eigenen Spreadshop. Je nachdem, was für euch besser passt. Könnt ihr dann wählen. Das Ganze ist ohne Risiko, ohne Kosten. Von Lagerung, zu Druck, zur Abwicklung, zum Fassaden, zum Zahlungsverkehr, zum Kundenservice. Das kümmert sich alles um die Webseite. Das, was ihr machen müsst, ist eben nur das Design zu erstellen. Ihr könnt auch hier nochmal alles ein bisschen genauer, detaillierter durchlesen. Es ist aber, denke ich, auch relativ einfach so schon zu verstehen. Die Webseite kümmert sich um das Ganze. Ihr müsst die Designs erstellen. Dementsprechend, wenn ihr als Designer Geld verdienen wollt und eure Produkte auf T-Shirt, Tassen oder ähnliches haben wollt, finde ich Spreadshirt eine mega, mega coole Webseite. Könnte vielleicht für den einen oder anderen von euch ganz interessant sein, die gerne selber Designs erstellen. Ich finde es auf jeden Fall ganz nice. Meiner Meinung nach Spreadshirt könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Dann hätten wir noch die Webseite Consumer Opinion. Auch das ist eine Umfrage-Webseite, dementsprechend auch eine sehr einfache Webseite, wie du im Internet Geld verdienen kannst. Eben deine Meinung ist gefragt. Du bekommst immer eine E-Mail, wenn eine Umfrage zur Verfügung ist. Du beantwortest diese E-Mail und bekommst dann eben natürlich dafür Geld. Registrieren ist natürlich kostenlos. Du bekommst ein paar Umfragen pro Monat. Ein paar Euro pro Monat sind realistisch. Jetzt keine 50 bis 100 Euro. 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro pro Monat sind auf jeden Fall realistisch. Ausgezahlt wird bei der Webseite über Überweisung. Das ist ganz wichtig, sollte man beachten. Es gibt hier keine Punkte oder Prämien, wie zum Beispiel hier. Sondern du bekommst hier wirklich direkt Geld. Du kannst hier keine Gutscheine oder sonstiges irgendwie sammeln, sondern wirklich Geld über Überweisung. Du kannst dir neue Werbung ansehen, neue Produkte bewerten, interessante Umfragen beantworten und eben ist das Ganze auch aus Deutschland. Es gibt hier natürlich auch ein FAQ, falls du irgendwelche Fragen hast, was das nochmal genau ist. Wie werden Umfragen vergütet? Was ist der typische Ablauf von dem Ganzen? So eine Umfrage dauert so 5 bis 20 Minuten. Ihr beantwortet ein paar Fragen. Klickt ein paar Kästchen an. Also eine Umfrage zu beantworten ist nicht besonders schwer. Das Einzige, was passieren kann, wenn du mit Umfragen Geld für die möchtest, dass du ab und zu von Umfragen ausgeschlossen wirst. Wenn du entweder nicht Teil der Zielgruppe bist oder eben, wenn du die Umfrage zu schnell beantwortest oder dir die Fragen nicht genau durchliest. Es gibt immer wieder solche Kontrollfragen, ob du die Fragen auch wirklich liest. Und wie gesagt, kann es auch sein, dass du zu schnell die Fragen beantwortest. Auf solche Sachen solltest du natürlich achten. Aber ich denke, das ist relativ klar. Und teilweise bei bestimmten Umfragen merkt man auch relativ gut, welche Art von Leuten gesucht werden. Und je nachdem, ob du dann die Wahrheit sagen möchtest oder auch nicht, bleibst du dann eben auch drin in der Umfrage oder auch nicht. Das musst du dann natürlich selbst entscheiden. Aber ich bin der Meinung, zumindest ist es bei mir so, dass du irgendwann ein Gefühl bekommst, welche Leute in der Umfrage gesucht werden und welche nicht. Deswegen, wenn du das geschickt machst, bist du von deutlich weniger Umfragen ausgeschlossen, als wenn du immer ehrlich bist. Das muss man leider so sagen. Dementsprechend, wenn du aber mit Umfrage Geld verdienen möchtest, könnte auch die Webseite ganz interessant sein. Auch wenn ich der Meinung bin, dass es da deutlich bessere Umfrage-Webseiten gibt. Aber auch die könnte vielleicht für den einen oder anderen von euch ganz interessant sein. Das waren tatsächlich auch schon die 5 Webseiten im heutigen Video, mit denen man eher als Anfänger Geld verdienen kann. So wie zum Beispiel GoTranscript, wo du einfache Transkriptionen schreiben musst und dafür 150 bis 1200 Dollar pro Monat verdienen kannst. Wenn du mit Spielerspielen Geld verdienen möchtest und eben in Form von Kryptowährung ausbezahlen möchtest, könnte Oneplay ganz interessant sein. Wenn du Umfragen und Ähnliches beantworten möchtest, könnten die beiden Webseiten ganz interessant sein. Kannst du ein paar Euro pro Monat verdienen, wirst du aber definitiv nicht reich werden. Das muss dir natürlich, wie gesagt, bewusst sein. Wenn du etwas mehr Geld verdienen möchtest, über mehrere Monate und Jahre, könnte Spreadshirt ganz interessant sein. Kannst du deine Designs verkaufen. Aber da solltest du dir auch bewusst sein, da wirst du die ersten Monate wahrscheinlich nicht so viele Verkäufe erzielen. Wenn du Social Media Reichweite hast, kannst du da natürlich Werbung für deine Produkte machen. Das würde sich dann empfehlen. Und dementsprechend könnte auch die ganz interessant sein. Das ist aber wahrscheinlich die komplizierteste oder Anfänger unfreundlichste Webseite im heutigen Video. Aber trotzdem eine sehr, sehr coole Webseite, die man meiner Meinung nach auch auf jeden Fall mal abchecken sollte. Und ja, wie gesagt, das sind alles ganz, ganz coole Webseiten, die man auf jeden Fall mal abchecken kann, mit denen man den einen oder anderen Euro verdienen kann. Deswegen meiner Meinung nach, check die Webseiten gerne mal ab. Ansonsten findest du auf meinem Kanal alles rund um das Thema im Internet Geld verdienen. Fünf Videos die Woche. Ich denke, da ist auch irgendwas dabei, was dich interessiert. Egal, ob du jetzt als Anfänger pro Stunde 44 Euro verdienen möchtest, ob du jeden Monat 500 Euro ohne wirklich viel Arbeit passiv verdienen möchtest oder sonstiges bis zu 1000 Euro am Tag verdienen möchtest. Also, sieh dich da einfach mal um. Da ist vielleicht auch irgendwas für dich dabei, was dich interessiert. Wenn du 80 Cent mit deinem Smartphone am Tag verdienen möchtest oder sonstiges, sieh dich da einfach mal um und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Wenn du mit ChatGPT, mit deiner künstlichen Intelligenz Geld verdienen möchtest, ohne wirklich viel Arbeit, check mal das Video da oben ab. Check gerne die Playlist ab. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020